Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 11. August. Mein Name ist Donald Geert, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und das ist der DAX Future auf 60 Minuten Basis. Jetzt könnte tatsächlich passieren, womit kaum jemand gerechnet hat. Nach dem alten Motto, das gerade an der Börse ja so oft zum Tragen kommt, unverhofft kommt oft. Nämlich, dass auch der mittelfristige Aufwärtstrend des DAX bricht. Wir sehen hier, dass der DAX seit Ende Juli in einer Handelsspanne von, naja, mal so ungefähr 250 Punkten unterwegs war. Volatil immer wieder auf und ab lief, aber die untere Begrenzung im Bereich, jetzt auf den DAX Future gesehen, bei 12.080, im DAX selber bei 12.100 Punkten, die wurde mehrfach verteidigt. Ende August, äh, pardon, Ende Juli, genauso wie Anfang August und gerade erst am Mittwoch. Gestern aber brach diese Zone. Die Wall Street, die hat sich nun doch entschieden, nervös zu werden. Und dort kam es erstmalig seit, ja, längerer Zeit zu Kursverlusten im dreistelligen Bereich, was den Dow Jones anging. Die Nasdaq verlor gute 2% und das blieb nicht ohne Folgen für den DAX. Der rutschte schon kurz nach der Handelseröffnung in die Tiefe, aber wir sehen hier, nämlich die letzten Handelsstunden, nachdem der Xetra DAX um 17.30 seine Tore schloss, das ist noch weiter abwärts ging. Denn auf Xetra-Basis konnte man sich gerade soeben noch über die Runde 12.000er Marke retten. Dann, am Abend, gelang das aber nicht mehr. Die letzte Indikation des DAX bei 22 Uhr, eben zum Zeitpunkt des Schlusskurses des DAX Future, lag bei 11.957 Punkten. Und hier sehen wir, wobei wir uns dann halt die 11.957 hier noch vorstellen müssen, wie letzten Endes kritisch jetzt diese Situation geworden ist. Wir sind in Richtung der unteren Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals unterwegs. Das könnte eine Unterstützung sein, aber es wird jetzt schwierig, die zu halten. Nachdem die Zone um 12.1 jetzt gebrochen ist und damit auch diese große Kurslücke von Ende April nicht nur geschlossen ist, sondern eben in die falsche Richtung nach unten verlassen wurde. Was bleibt, ist die 200-Tage-Linie als Unterstützung und die Zone 11.850, 11.941, innerhalb derer dieser gleitende Durchschnitt verläuft, zusammen mit der unteren Begrenzung des Trendkanals, die ebenfalls bei 11.850 Punkten liegt. Es wird darauf ankommen, wie sich die Situation zwischen den USA und Nordkorea weiterentwickelt. Ob es da heute neue Erkenntnisse gibt, ist fraglich, aber man sorgt sich über die Situation zu Wochenbeginn. Kann also durchaus sein, dass die Nervosität sich heute noch steigert, weil man fürchtet, es konnte über das Wochenende was passieren. Nun, die verbale Eskalation, die konnte sich tatsächlich gestern noch steigern. Hätte man gar nicht denken mögen. Aber der nordkoreanische Diktator drohte damit ganz konkret, einen Plan fertigzustellen, Mitte August, das wäre ja Anfang nächster Woche, um mehrere Raketen in Richtung der Pazifikinsel Guam, wo die Amerikaner einen großen Stützpunkt halten, abzufeuern. Nicht auf, sondern in die Nähe der Insel. Aber das reichte Trump und der meinte gestern Abend auch noch, dass seine Aussage bezüglich einer Antwort mit Feuer und Wut noch zu defensiv gewesen sei. Das klingt nicht besonders gut und das nahm man auch eben entsprechend an der Walls, sieht nicht gut auf. So betrachtet möglich, dass dieser Abstieg weitergeht. Dementsprechend wäre es auch sinnvoll, jetzt nicht unmittelbar zuzukaufen. Denn wir sind unter den möglichen Ankerpunkten, nämlich einen Schlusskurs unterhalb der Kurslücke bei 12.049 Punkten, jetzt auf Basis der letzten Indikation ganze 100 Punkte abgerutscht. Und je nachdem, wie sich die Nervosität heute darstellt, können wir gleich schon zur Eröffnung. Genau dort landen, wo die nächste Marke zum Aufstocken der Position läge, die aber eben eine Unterstützung ist, die gebrochen werden will. Wie gesagt, die Zone 11.850 zu 11.940. Und erst, wenn wir da drunter sind, hätten wir dann eine Basis zu sagen, okay, dann hätten wir auch diese nächstliegende Hürde unterschritten. Und, und das ist eben das Interessante an der Konstellation, dann erstmal keine wirklich greifbare, wichtige, nennenswerte Unterstützung bis runter auf 10.800 Punkte. Das werden wir uns am Montagmorgen, wenn wir wie gewohnt dann auch den DAX auf Wochenbasis im Bild haben, mal genauer ansehen. Auf jeden Fall sind natürlich Short-Positionen haltenswert und wir würden den Stop-Loss jetzt sehr deutlich nachziehen. Denn jetzt sollte der DAX natürlich nicht mehr nennenswert über diese vorher verteidigte Zone um 12.100 Punkte hinauslaufen. Und sollte das doch geschehen, sollte es zu einer Beruhigung kommen, wo immer sie auch herkäme und der DAX über dem Tageshoch des gestrigen Donnerstags bei 12.159 gelegen schließen, beziehungsweise überhaupt nicht darüber laufen, dann wäre es schon sinnvoll, erst einmal auf der Short-Seite die Gewinne mitzunehmen. Deswegen ziehen wir den Stop-Loss jetzt per heute früh unmittelbar von 12.400 auf 12.180 Punkte nach. Short ist weiterhin die richtige Richtung. Ob es zu einer Eskalation nicht nur auf politischer, sondern auch auf börslicher Ebene kommt, wir werden es sehen. Aber das ist wieder mal einer dieser Tage, der im Voraus nicht berechenbar ist. Die Kavalerie, die sonst immer wichtige Unterstützung an der Wall Street zu retten pflegt, die kam gestern nicht. Aber sie könnte natürlich vor dem Wochenende kommen. Es kann auch ganz anders kommen. Aber wenn man schon Short ist, ist man auf der richtigen Seite dabei. In einer solchen Situation die Positionen dann unmittelbar vorher auszubauen, in der Erwartung, dass bei einer völlig unklaren Situation die bärische Variante siegt, ist sehr, sehr gewagt. Und dementsprechend aus unserer Sicht im Moment nicht unbedingt sinnvoll. Soweit der Überblick. Wir melden uns wieder, Montagmorgen. Dann werden wir wissen, wie es in das Wochenende ging. Dann werden wir den Freitag ja mit auf dem Schirm haben. Und daran denken, um 13 Uhr am Montag kommt dann, wie immer, der ING Markets Chartflash mit einem Blick auf die anderen wichtigen Märkte an der Börse. Bis dahin, schönen Freitag und machen Sie es gut.